Diese hier angebotene 3-Zimmer-Wohnung ist ab Juni 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf unter Rad. Das Objekt verfügt über einen Balkon sowie einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung umfasst eine Fläche von ca. 83 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 1350 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.